Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ihr habt es schon im Intro gesehen. Heute gibt es etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar ist es unsere erste Teamaktion der Bastelwerkstattbande und ich freue mich total, dass wir erstens diese Aktion machen, dass ihr so wundervoll teilnehmt und dass wir euch als Publikum so viele wundervolle Ideen schenken können. Diese Aktion ist von meiner Bastelwerkstattbande, also von meinen Team Mädels und jeder, der Lust hat, darf teilnehmen an dieser Aktion. Es wird für euch jetzt jede Woche, jeden Monat am Freitag, am letzten Freitag, außer im Dezember, da ist es glaube ich am vorletzten oder im November, also immer einmal im Monat bekommt ihr ein Video von meiner ganzen Mannschaft sozusagen. Und jeder, der Lust hat, darf teilnehmen. Ich gebe immer ein Thema vor und dann kommen eure ganz kunterbunden kreativen Ideen zu diesem Thema. Und ich zeige euch erst die Ideen von meinen Mädels und dann bastle ich mit euch auch eine Karte, meine Idee zu diesem Thema sozusagen. Und ja, vielleicht könnt ihr das Thema schon ein bisschen erkennen. Es geht heute um Männerkarten. Denn Männerkarten kann man immer gebrauchen und da kann man auch immer viele Ideen dazu gebrauchen, weil das finde ich eigentlich ein schwieriges Thema ist. Und ich freue mich voll, dass ihr mir so viele wunderschöne Karten geschickt habt. Und ja, ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Erstmal ganz, ganz lieben Dank an meine super, super Mädels. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr mir so viele schöne Post geschickt habt. Und dass ihr mir noch ein Briefchen dazu geschrieben habt. Und ich habe sogar noch ein kleines Geschenk bekommen. Und das ist einfach so toll, wenn man zum Briefkasten rennt und immer wieder neue, schöne Kuvert bekommt, die auch schon bestempelt sind und wo einfach richtig tolle Sachen drin sind. Also wirklich vielen Dank für eure Teilnahme. Ich drücke euch ganz fest an dieser Stelle. Also ganz kurz, ich zeige euch mal ganz schnell meine Idee, die wir jetzt nachher dann zusammen basteln. Das ist eine besondere Kartenform mit dem Stemzit Manoman. Und dazu erzähle ich euch nachher auch was, denn die haben wir bei unserem Teamtreffen auch gebastelt, die Karte. So ähnlich. Da erzähle ich nachher mehr. Und jetzt geht es natürlich los mit den Hauptdarstellern dieses Videos mit euren Karten. Und super. Ich gehe jetzt einfach grunderbund mal durch. Die erste Karte, die ich euch zeige, ist von der lieben Svant hier. Und diese Karte ist schon mal der absolute Hammer, oder? Und zwar ist sie nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten, kann man sagen. Das ist nämlich der Spruch der Karte. Du bist nicht der Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten. Also es ist doch eine super Männerkarte. Auch die Farben sind toll in Grau, Anthrazitgrau. Und mit der Silberfolie noch die Stanzformen ausgestanzt. Der schöne Werkzeugkasten. Also ich finde, das ist eine super, super schöne Karte. Und die kann man gleich so übernehmen. Das Ganze ist von der Svant hier. Svant hier. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und die Materialliste, mit welchen Materialien sie gearbeitet hat, hat sie mir noch geschickt. Die blende ich euch jetzt dann entweder hier oben an der Seite ein, oder ich mache euch das jetzt mal kurz komplett ins Bild. Dann könnt ihr mal schauen, was sie da alles verwendet hat. Ich finde die Karte auf jeden Fall total super. Sie hat auch hier im Hintergrund noch mit so silbernen Sprenkeln gearbeitet. Und also es ist wirklich eine ganz tolle Karte. Und auch diese bestickten Rechtecke. Ich sage immer bestickte Rechtecke, aber stimmt das gar nicht. Die bestickten, die raffiniert bestickten Rahmen, so heißt es. Die benutze ich ja auch total gerne und die hat sie ja auch gleich richtig schön verarbeitet. Cool. Total schöne Karte. Vielen Dank, liebes Svant hier. Als nächstes haben wir nochmal eine Karte mit Silbereffekt. Die ist auch wunderschön. Also hier, da weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Also erstmal beim Hintergrund. Der schaut total schön aus. Der ist auch selber gestaltet. Dann mit Silber embossed. Hier hat sie ein paar Stanzteile ausgestanzt. Diese Karte ist von der lieben Lissi. Und sie hat diese Karte für ihren besten Freund geschenkt, hat es mir geschrieben. Und dann seht ihr mir hier im Hintergrund diese ganz besondere Technik. Ich hoffe, das kommt im Video gut raus. Ich halte es euch mal ganz nah hin. Da ist es quasi, ich erkläre euch gleich, wie das funktioniert. Das nennt sich, ich muss spicken, Faux Metal Technik. Ein furchtbarer Zungenbrecher, finde ich. Gesehen hat sie das bei Tina Zink auf YouTube. Und die Lissi, die die Karte gestaltet hat, findet ihr bei Instagram unter lissi.traumfabrik. Genau, das wollte ich sagen. Wie diese Technik funktioniert, habe ich mir dann auch gleich nochmal anschauen müssen. Ich habe das schon mal gesehen, aber ich habe es nicht mehr gewusst, wie genau das funktioniert. Das ist relativ aufwendig. Da embossed man immer wieder und drückt dann irgendwann den Stempel rein. Und dann hat man dieses wunderschöne Ergebnis. Aber man muss ganz viele Schichten embossen. Und es sieht echt total schön aus. Und ich finde, in der Kamera kommt es noch schimmriger rüber. Also es ist echt eine super schöne Karte auch. Und gearbeitet hat sie mit Zed's die Segel und unter dem Meer Stanzformen. Und Luf und Lee ist auch dabei. Und hier auch innen drinnen, hier ist nochmal mit dem Prägefolder, mit den Wellen dazu gestaltet. Das ist auch eine wunderschöne Karte. Danke für deine Hilfe. Ist echt super schön. Gefällt mir richtig gut. Dankeschön, liebe Lissi. So, die nächste Karte ist für einen echten Klassiker. Das ist eine Karte von der lieben Gabi. Sie hat auch eine Materialliste geschrieben. Die zeige ich euch jetzt gleich und halte sie euch mal so ins Bild. Da könnt ihr Pause machen, wenn ihr das so nachbasteln wollt, damit ihr seht, was sie alles verwendet hat. Diese Karte ist auch sehr schön schlicht. Richtig gut für einen Mann. Der tolle Mustang. Und auch ein bisschen Glitzer, als es war es. Also das finde ich super, dass man das für eine Männerkarte auch so einbauen kann. Da tue ich mich immer schwer, weil ich mir denke, nein, ja, kein Glitzer bei einem Mann. Aber das finde ich super. Das schaut richtig cool aus. Und sie hat auch hier den Hintergrund gestaltet und das auch nochmal geinkt hier außenrum. Und also, ja, ihr habt mir mehrere Karten mit diesem Motiv geschickt. Und ich bin jetzt natürlich am überlegen, ob ich das nicht auch brauche, weil das ist echt toll. Auch diese, diese, äh, dieser Werkzeugkasten von der Karte von der Svan hier und so. Also das ist schon ein schönes Stempelset, ja. Da muss ich vielleicht schon nochmal überlegen. Also viele, vielen, vielen Dank, liebe Gabi. Ich finde, das ist eine ganz tolle Karte. Schlicht gehalten und trotzdem ein bisschen Funkeln ist dabei. Für die Mädels, für die Eheschauen muss es ja ein bisschen funkeln, gell? Genau, perfekt. Vielen Dank, Gabi. Superschöne Karte. Und als nächstes kommen wir zu einer Karte von der lieben Andrea. Und die ist auch total schön, oder? Also hier hat sie wieder mit dem Stempelsetze Segel und dem Luf und Lie gearbeitet. Und auch mit diesen Ahoy-Metall-Teilchen hier. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Auch den Anker nochmal ausgestrahlt. Sie haben mit den Fingerschwimmchen gearbeitet. Und auch innen drinnen hat sie noch gestempelt. Und das hier ist die Materialliste dazu. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, so. Und ich finde auch, das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Da ist jetzt ein bisschen mehr drauf, als erst auf der von der Gabi, aber das ist auch sehr schön. Also auch für eine Männerkarte darf mal ein bisschen mehr drauf sein. Sehr hübsch. Vielen Dank, liebe Andrea. Als nächstes kommen wir zu einer Karte, die ist, das ist wieder eine Karte für mich. Das ist eine besondere Kartenform. Ihr wisst ja, dass ich das total liebe. Diese Karte hat die liebe Mario und für mich gemacht. Für euch und für mich. Und wenn man die so aufklappt, hat die diesen tollen Effekt, dass die so, ja, man kann die super auch hinstellen. Man könnte jetzt hier vorne auch ganz schön ein Bild von Baby oder so machen. Oder egal, von einem Motorrad für den Mann, von seinem Motorrad. Und dann das so hinstellen, als, also ich halte es euch jetzt mal so, aber ihr seht, ihr könnt es auch aufstellen. Und habt dann super cooles, ja, zum Foto unterbringen. Auch eine ganz gute Idee. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das Stempelset heißt. Das mit dem Fahrrad. Ich finde auch die Farbkombination ist sehr, sehr schön. Und es darf auch mal ruhig ein Schmetterling drauf sein. Warum nicht? Sieht doch total super aus. Habt euch unglaublich lieb. Ist auch ein wunderschöner Spruch. Und ich finde die Karte einfach nur super, super schön. Ich glaube, ich muss die mal nachwerkeln. Ich habe schon mal so eine Karte gemacht, die war fast genauso. Nur habe ich das Teil hier nicht eingeklebt gehabt, sondern weggeschnitten. Das Teil hier vorne. Und dann hat man das so eingeklebt und dann war das nicht so richtig stabil. Und dann war ich nicht so ganz überzeugt von der Karte. Aber mit dieser Variante, dass man das hier hinten anklebt, das finde ich total super. Und wenn ihr wollt, kann ich euch das mal aufnehmen, wie das funktioniert. Also das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Vielen Dank, liebe Marion. Ich möchte noch eigentlich dazu sagen, oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Die Andrea Steiner könnt ihr anschreiben unter singoldsteiner at googlemail.com. Ich glaube, es steht hier unten dran. Genau, also es hat sie unten hingeschrieben. Gut. Und die Marion findet ihr auf www.papierundherz.de. Ich hoffe, ich vergesse es bei keinem, dass ich das erwähne. Bei der Gabi gibt es auch einen YouTube-Kanal, aber ich weiß nicht, ob ich den erwähnen darf. Da frage ich die Gabi lieber mal nochmal. Aber die Gabi macht auch YouTube-Videos. Die sind sehr unterhaltsam. Müsst ihr unbedingt mal anschauen eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen darf, aber man muss hier gucken. So, die nächste Karte ist von der lieben Maike. Wieder mit dem wundervollen Setz die Segelstempel-Set. Das ist einfach total schön und für Männer auch perfekt. Und für Frauen, also das ist einfach ein super schönes Stempel-Set. Sie hat mir auch eine Materialliste geschrieben und ihr müsst euch mal diese wunderschöne Schrift anschauen. So perfekt. Das schaut aus wie gedruckt. Aber ich glaube, es ist echt geschrieben. Wunderschön. Also es ist geschrieben, weil sie hat mir ihren Brief auch noch dazu geschrieben. Genau, also jetzt zeige ich euch die Karte. Schöne Farbkombi. Sie hat ihr das Papier gerissen. Das macht sich auch total gut, finde ich. Auch hier ums Etikett mal. Ein Etikett reißen ist doch auch eine Top-Idee, oder? Finde ich super. Oh, da hinten ist ein Stempel drauf. Ja. Also von der lieben Maike. Und das Material habe ich euch gezeigt. Und sie hat mir im Brief auch noch geschrieben, dass man die Karte auch wunderbar als Anfänger basteln kann. Man braucht jetzt zum Beispiel keine Big Shot dafür. Die Anker, die könnte man auch einfach mit der Hand ausschneiden. Und durch das, dass sie jedes wirklich so schön gerissen hat, das ist, also finde ich, eine coole Idee. Und ist wirklich, glaube ich, einfach und trotzdem total wirkungsvoll und schön. Super schöne Karte. Vielen Dank, liebe Maike. Auch sie hat die Karte für einen Freund gemacht und der hat sich auch total darüber gefreut. Super. Als nächstes kommen wir zu den Karten von der lieben Claudia. Ich zeige euch gleich die Männerkarte. Erstmal zeige ich euch die Karte für mich. Ich habe nämlich auch eine Karte bekommen und sie hat hinten noch was draufgeschrieben. Was ich total super finde, ist, dass die Claudia ganz neu in meinem Team ist und trotzdem schon gleich mitmacht bei unserer Aktion. Freut mich sehr, liebe Claudia. Und hier steht dieses Schweinchen. Dieses kleine Schweinchen sagt. Danke, denn wenn man es hier umdreht, hat sie hier drauf gestempelt Danke. Also es ist auch eine tolle Karte und eine super Idee, dass man so eine Holzscheibe bestempelt und koloriert. Und vielen Dank, liebe Claudia, für diese wunderschöne Karte. Ich habe mich sehr gefreut, wenn ihr mir dann noch ein paar Worte dazu geschrieben habt. Aber da habe ich natürlich gleich, habe mich echt total gefreut. Und jetzt packen wir das mal aus hier. Sehr, 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 sehr schön. Ich mag hier Savanne und also ich finde es einfach schön. Und dann finde ich natürlich total cool, dass sie hier so ein Hemd gefalten hat und eine Krawatte. Und auch bei dem Hemd noch so eine kleine Hemdtasche und ein Knöpfchen gemacht hat. Also sehr, sehr filigran und fein gearbeitet auch. Ich finde auch dieses Kordelband total schön. Und dann hier, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, auf der Klammer ist sogar auch noch Papier oben und unten. Also echt. Das ist, glaube ich, schon eine aufwendigere Karte, obwohl die erstmal schlicht aussieht im ersten Moment. Aber es ist sie gar nicht. Also da steckt auch wieder richtig viel Arbeit drin. Und das mit dem Falten, ich finde es total schön. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich finde es total toll. Und so ein kariertes Hemd, das ist einfach eine coole Idee. Ich finde das super. Aber vielen, vielen Dank, liebe Claudia, für diese tolle Karte und diese wundervolle Idee. Eine super Männerkarte einfach. Und jetzt wird schon weniger auf meinem Tisch. Also hier kommen wir gleich dazu. Ich habe nämlich auch noch was geschenkt bekommen. Und vorher zeige ich euch noch diese tollen beiden Karten. Denn die Viola aus Berlin hat mir zwei Karten gleich geschickt. Total super. Und sie hat mir auch was dazu geschrieben. Okay, jetzt zeige ich euch erstmal die Karten. Also sogar mit Kuvert. Sie hat geschrieben, dass sie sich bei der Spiegelung von den Autos total schwer getan hat. Und dass sie so viele Versuche gebraucht hat. Und ich verstehe es gar nicht, weil ich finde, die sind perfekt. Was? Besser geht es doch gar nicht. Viola, ich könnte es nicht besser. Ich finde, die sind super. Und ja, auch hier wieder dieses Stempelset, mit dem ich schon spiele gedanklich, gell. Du bist der Renner. Also echt eine wunderschöne Karte. Und sie hat ja auch... Boah. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, Mensch. Mensch, schau mal. Oh ja, das ist ja mega. Das ist ja auch wieder eine Karte, die was kann. Och. Wie geht das? Also das ist ja total cool. Gott sei Dank habe ich das jetzt zufällig noch entdeckt. Ich habe das ja vorher gar nicht kapiert. Also das ist ja auch eine mega coole Karte. Die kann auch noch was. Genau, mein Geschmack. Du bist der Renner mit einem Wackelauto. Total schön. Und die Spiegelung ist perfekt. Wirklich wunderschön. Auch im Hintergrund hat sie noch gestaltet. Innen drin hat sie gestaltet. Also wirklich super, super toll. Und dass die Karte wackeln kann, das finde ich ja mega. Das ist eine super Idee. Ich glaube, das muss ich auch mal. Muss ich mir merken. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Viola. Und du hast ja nochmal die Arbeit gemacht und nochmal eine Karte gebastelt. Und das habe ich gemeint. Diese, ihr wisst, wie man das nennt. Mir fällt es jetzt nicht ein. Die finde ich total cool auch. Also nicht nur das Auto, sondern auch diese Zahnräder. Gott sei Dank fällt es mir noch ein. Finde ich total klasse. Und hier sieht man jetzt von der Farbkombination. Es ist eher so in die Richtung Vanille pur. Ungefähr. Also es ist ein bisschen gelblicher. Und hier innen auch nochmal die Zahnräder. Und auch dieses, das Papier, das ihr da verwendet habt, ist jetzt nicht von Stampin' Up, aber das ist auch eine schöne, das hat eine schöne Haptik. Das fühlt sich richtig gut an. Du bist ein echter Klassiker. Den Spruch haben wir nochmal und das ist auch einfach schön, oder? Auch eine super tolle Männerkarte. Und vielen Dank, liebe Viola, für deine lieben Worte und auch für diese total coolen Karten und für die Karte mit Effekt. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu meinem ersten Paket, das ich bekommen habe. Also das war schon ein ganzes Paket. Das habe ich bekommen von der lieben Alexandra. Und da habe ich das gelesen und dann war ich gleich total geflasht und hatte gleich Pippi in die Augen. Nee, weil da habe ich natürlich wieder einen lieben Brief bekommen. Und das war so mein erstes Paket, das ich bekommen habe von euch. Und das war einfach, das hat mich so gefreut, dass ihr da mitmachen wollt und dass euch das so Spaß macht und so. Und ja, das fand ich einfach super. Die Alexandra hat mir gleich drei Karten geschickt für die nächsten Themen auch noch. Ich zeige euch gleich die Männerkarte. Und vorher zeige ich euch noch, dass ich auch noch was bekommen habe. Das freut mich auch sehr. Vielen, vielen Dank. Aber das hätte es gar nicht gebraucht. Also ich freue mich ja schon total über eure Karten und dass ihr mir da schreibt und so. Das ist für mich schon, vielen Dank. Also wirklich, das ist eigentlich, wie sagt man da, Dankeschön genug. Aber ich möchte euch natürlich zeigen, weil es ist natürlich auch toll, wenn man was bekommt. Eine superschöne Box mit den kleinen Vögelchen. Habe ich euch auch erst eine Karte gezeigt, weil die sind so schön. Und da waren noch richtig coole Sachen drin, was man natürlich braucht als Frau, ganz klar. Ja, bisschen Badepflegezusatz, bisschen was zum Schnabulieren. Ihr seht, ich habe mich jetzt wirklich rangehalten, dass ich die ja noch nicht aufmache, bevor ich nicht das Video aufgenommen habe. Aber die muss ich unbedingt probieren. Cookies Cream habe ich noch nie probiert. Und noch eine sehr coole Handcreme. Sehr geile Handcreme ohne Gedöns. Na, was ist das für ein cooler Spruch? Mega, oder? So was brauche ich. Vielen, vielen Dank. Gerade bei meinen Händen, was sowieso die ganze Zeit eincremen, passt das einfach perfekt. Alexandra, danke von Herzen, wirklich. Aber wie gesagt, das braucht es nicht. Das ist keine Pflicht für irgendjemand. Ich freue mich total, wenn ihr mitmacht. Das ist für mich danke genug. Und jetzt kommen wir zu deiner Männerkarte. Die liebe Alexandra ist von Stempelmagie. Die hat so ein total süßes Logo, das kleine Zuppilein hier, das kleine Schweinchen. Hier hat sie mal aufgeschrieben, wie man sie findet. Das kann ich euch mal so schön aufnehmen. Das ist auch ein süßer Spruch. Lass deiner Kreativität Flügel wachsen, oder? Super. Also das sind die Kontaktdaten von der liebe Alexandra. Und das ist die Materialliste für die Männerkarte. Und das ist ihre Männerkarte. Also an dieser Karte finde ich schon mal sehr cool. So erstmal, wenn man sie außen anschaut, ist es ja schlicht. Es ist mit diesem coolen LKW gearbeitet, mit diesem Set. Und es sieht jetzt so aus, als hätte diese Karte eine Banderole. Ich hoffe, ihr seht es. Hier im Hintergrund ist es also vorne und hinten gleich. Aber man kann die Karte einfach aufmachen. Und tadaa, die Karte kann auch wieder was. Also ihr wisst ja genau, was mir gefällt. Also ich finde es super, super schön. Alles Gute zum Geburtstag, eine Karte. Also außen sehr schlicht. Und dann innen mit diesem coolen Effekt, dass sich das aufstellt. Also hier seht ihr mal ein bisschen den Mechanismus. Und so gucke ich mal, dass ich euch das von vorne ein bisschen besser filmen kann. Ich hoffe, das sieht mal gut. Und wenn man das so aufklappt, stellt sich das so richtig schön auf. Also total schöne Karte. Vielen Dank. Ich bin total überwältigt von all euren Ideen und von euren lieben Worten und von allem. Und ja. Ich kann mich nur bedanken bei euch. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt zeige ich euch noch meine Idee zu dem ganzen Thema. Aber die ist bei weitem nicht so schön wichtig wie eure schönen Karten. Vielen Dank, Mädels. Und auch ich hoffe, für euch Zuschauer ist es eine super Aktion, weil ihr so viele Ideen bekommt zu einem Thema. Und dann könnt ihr euch raussuchen, was euch am besten gefällt. Und könnt schon richtig drauf loslegen. Und könnt das ganze Basteregal füllen mit Männerkarten. So, ihr Lieben. Das ist ja das erste Team-Video, das wir machen. Und ich habe mir gedacht, damit dieses Video nicht zu lange wird für euch, werde ich euch meine Idee als separates Video quasi aufnehmen. Also ich mache das natürlich direkt im Anschluss von den gezeigten Karten. Aber als separates Video. Wenn ihr das nachbasteln wollt, dann könnt ihr da auf das Video draufklicken und könnt es nachbasteln. Ihr habt die Idee schon gesehen. Ich verlinke euch das jetzt hier oben unter dem weißen I. Ihr könnt hier draufklicken. Oder auch am Ende von dem ersten Video könnt ihr auf der Info, auf dieser Endkarte noch das Video anklicken. Dann könnt ihr diese Karte nachbasteln. Aber ich mache jetzt zwei Videos aus dem Ganzen. Das kommt zwar beides am gleichen Tag online. Aber dann habt ihr einmal nicht zwei so ganz lange Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.